Hallo, schön, dass ihr bei uns seid. Ihr habt angeklickt die erste Spor-Sommer-Challenge. Da ist ein Programm exakt für euch zusammengestellt. Es kräftigt euch, ihr werdet ausdauern, der Stoffwechsel wird aktiviert und vor allen Dingen werdet ihr auch gut aussehen. Was haben wir gemacht? Wir haben ein Programm zusammengestellt, was unterschiedliche Übungen beinhaltet, von der Beinmuskulatur, die Rumpfmuskulatur, die Armmuskulatur, all das findet ihr. Jede Woche wird es ein bisschen schwerer. Versucht die Challenge durchzuhalten, gemeinsam, als Gruppe, aber auch jedes Individuum. Ihr also persönlich werdet viel davon haben und vor allen Dingen ab jetzt will ich Leistung sehen und dann in vier Wochen seht ihr ganz anders aus.